Schönes Wetter heute, oder? Ja, wirklich wunderschön. Ich liebe es, auf dem Deck des Schiffs zu sein. Als Matrose sehe ich oft schöne Sonnenuntergänge. Es ist ein Traumjob. Wie lange bist du schon auf See? Ich arbeite schon seit zehn Jahren auf verschiedenen Schiffen. Es ist mein Leben. Was fasziniert dich so am Meer? Das Meer hat eine enorme Kraft und Schönheit. Es ist unendlich und geheimnisvoll. Auf mich übt das Meer auch eine magische Anziehungskraft aus. Bist du auch Matrose? Nein, leider nicht. Aber ich habe eine Leidenschaft für Schiffe und das Meer. Ich kann mir vorstellen, dass es viele Herausforderungen als Matrose gibt. Die größte Herausforderung ist die Einsamkeit. Man ist oft monatelang von Familie und Freunden getrennt. Wie schafft ihr es, damit umzugehen? Wir haben ein gutes Team hier an Bord. Wir unterstützen uns gegenseitig und halten den Kontakt zu unseren Lieben. Was war dein schönstes Erlebnis auf See? Es ist schwer, sich für ein Erlebnis zu entscheiden. Aber Begegnungen mit Walen in freier Wildbahn sind immer atemberaubend. Ich hoffe, ich habe auch mal das Glück, so etwas zu erleben. Das wünsche ich dir von Herzen. Das Meer hat jedem etwas Besonderes zu bieten. Danke, das ist sehr nett von dir. Vielen Dank für das Gespräch. Gern geschehen. Vielen Dank für's Zuschauen.